Insel der Seeräuber Kitzklapp. Hier sehen Sie den Kitzklapp, die ganz nette Dame. Die erklärt uns jetzt, was hier los ist, von welchem Alter bis welches Alter, wo, in welcher Abteilung. Also erstmal sind wir hier im Kitzklapp Insel der Seeräuber. Das ist ab drei Jahren bis einschließlich elf. Sehr schön. Und dann haben wir ab zwölf Jahren in der Teen-Sounge auf Deck vier. Und wie lange geht das? Zwölf bis? Bis siebzehn. Aber diejenigen, die achtzehn sind, sind natürlich auch ganz herzlich eingeladen, da noch mitzumachen. Und hier haben wir hier vorne unser Wikinger-Schiff und dann auch so ein bisschen Spielecke vorwiegend für die Krabben. Die Krabben sind nämlich die drei- bis sechsjährigen hier bei uns an Bord und die Seethafe sind die sieben- bis neunjährigen. Wie ist es, wenn man einen Ausflug macht? Kann man da die Kinder abgeben? Kommt auf das Alte drauf an. Also alle Kinder ab sieben Jahren, die sind ganz herzlich eingeladen, auch mit uns alleine mitzukommen. Da müssen die Eltern nur ein Formular ausfüllen, wo das dann eingehalten wird. Sehr schön. Vielen Dank. Gern geschehen, aber schauen Sie sich ruhig noch um. Ich geh grad mal durch. Da drüben haben wir noch zwei Workshops ausgestellt. Einmal den einen für die Naschkatzen-Cake-Pops und dann ganz neu auf den neuen Schiffen, auf vier und fünf, haben wir Lego-Workshops. Die sind sozusagen nur auf vier und fünf, weil wir da die Technik haben und da gibt es zwei, drei verschiedene Lego-Workshops. Zwei haben wir da drüben aufgebaut. Den kann ich Ihnen auch gleich einmal zeigen. Dann haben wir den Lego-Workshop ab zehn Jahren, das ist der Lego-Workshop Mindstorm und da bauen die Kinder genau diesen Roboter und können den programmieren. Ja super, und der ist mit Lego gemacht? Genau, der ist aus Lego. Den Kasten haben wir hier drüben und der wird auch am Rechner dann programmiert. Hier auf dem Rechner ist dann die Datei drauf, aber den muss ich erst einmal anmachen, der schlägt noch. Moment. Da haben wir dann die Datei drauf und dann haben wir noch Lego-Story-Starter. Der ist ab sieben, da können die Kinder ihre eigene Lego bestimmen. Super, und die kleinen Kinder hier, was spielen die hier jetzt alle? Ja, die malen, die spielen. Oh, tschüss. Und die machen Sie selber hier, oder wie ist das? Ja, für die Kinder. Wolle ich schon immer mal eins machen. Vielen Dank.